Musik Rotwein und Spargel geht nicht, sagt ihr. Ich habe uns heute einen herrlich deftigen Auflauf gemacht mit Spargel, Südtiroler Speck und 36 Monate gereiftem Parmigiano. Dazu gibt es Cristan aus meiner Lieblingsrotweinsorte Lagrein von Peter Eggerama. Dunkel wie die Nacht, deswegen heißt es im Italienischen auch Lagrein Scuro. Herrlich würzig, Lakritze, balsamische Noten, aber auch Brombeere. Und am Gaumen ist er genauso ein Kraftprotz wie dieser Auflauf. Passt hervorragend, Rotwein mit Spargel, probiert es aus, zum Wohl. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020